Da muss man sagen, ein schönes Fleckchen hier im Spessart. Wir sind heute nicht auf der Suche nach dem berühmten Wirtshaus, denn hier gibt es noch andere bekannte und berühmte Dinge, wie zum Beispiel den Floatrail von Bad Orp. Da soll man besonders mit Mountainbiken können und die Trails hier sollen zu Deutschlands schönsten gehören. Also ich würde mich ja nicht wundern, wenn wir gleich doch noch irgendwo auf das Wirtshaus treffen oder Holmer Hotzenplatz. Bis zum nächsten Mal. So, das soll es jetzt gewesen sein für heute. So richtig cool. Alle drei Trails haben wir gemacht. Bad Orp, the place to be für Mountainbiker. Hat es dir auch gut gefallen? Richtig gut. Ich würde sagen, es lohnt sich hierher zu kommen, wirklich hierher zu reisen, ein paar Tage zu bleiben, vielleicht die Trails ein, zwei, dreimal zu machen. Man kann hier auch super wandern, richtig schön. Genau. Und wenn man Anfänger ist, dann nimmt man nur den Familientrail. Ansonsten sind die Bäume relativ schnell eng. Da springt es sich dann nicht ganz so einfach durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.